So Leute, wir sind wieder vereint und zwar Furdis und Maxify mit Gnu. Wir spielen Sons of the Forest, also im Prinzip The Forest 2. Ich freue mich mega. Ich glaube, das muss man echt hart durchzensieren. Wir werden einiges sehen, was wir nicht sehen wollen. Wir werden alles zeigen. Blut, Gedärme und Einzelteile von Körpern werden durch das Bild gleich fliegen. Ihr werdet es genießen, so wie wir. Deswegen hat jetzt nur ein Patreon aufgemacht, damit ihr sie endlich supporten könnt, während die ganzen Videos ab 18 sind. Genau, wunderbar. So läuft das nämlich momentan. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würden wir uns alle sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Let's go. Ich bin mega hyped. Start. Okay, okay. Ich bin auch mega hyped. Schau doch gerne bei meinen Onlyfans vorbei. Der ist auch in der Videobeschreibung von Link. Hey, es ist ein Maxify. So, tippe E an, um Gegenstände aufzusammeln. Halte E zum Benutzen gedrückt. Alles klar. Achso, du gehst jetzt erstmal die ganze Steuerung durch, dass auch jeder Zuschauer weiß, wie es geht. Das steht doch da unten. Lege Gegenstände durchdrücken von G ab. Doch, bei mir steht es da. Bei unten, Link steht bei mir, zurück. Und Mitte wahrscheinlich, Freunde, einladen, oder? Grüßtet dein Navi mit M aus, steht da. Gnu spielt irgendwie ein Tutorial anscheinend, das es nicht gibt. Wetten, wir stoßen wieder ab. Also bei mir steht, wartet darauf. Oh. Ah, okay. Es geht los. Also, es lädt los. Wusstet ihr, dass die Map viermal größer ist als die alte? Das habe ich auch gehört. Die alte ist schon zu groß für mich. Okay, wir stützen ab. Mein Forrest ist zur Hälfte geladen. Achso, ihr seid noch gar nicht drin. Nee, ähm, du musst zuerst reinladen und dann können wir erst reinladen. Aber ihr seht schon die Sequenz hier gerade. Jetzt ja. Ja, aber ich glaube, die ist für jeden selbst. Ah, okay, sorry. Also, jeder fängt immer neu an. Boah. Boah. Oh mein Gott. Was passiert hier? Oh, nicht. Wie seid ihr? Oh, die sind alle vermisst. Okay. Hu. Aua. Blitz und Donner. Dements. Kam über diese Welt. Wer ist denn eher? Edward Puffton? Edward Puffton und Barbara Puffton. Suchen wir die? Die ganze Puffton-Familie. Die sind vermisst. Okay, unsere Mission ist... Und, ähm, Virginia Puffton müssen wir auffinden. Ach ja, äh, Funfact über das Intro. Ihr müsst diesen Laptop wegmachen, bevor es weitergeht. Hab ich. Laptop ist weg. Oh. Kämpfe. Dämonen? Wir werden abgeschossen. Ihr seid halt einfach nur so delay, ne? Ich bin schon längst durch. Ah, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh Gott, wir fallen. Wir fallen. Halt dich fest. Oh mein Gott. Irgendwer von euch hat gerade seine Hand ziemlich nah an meinem Schritt. Das ist nicht cool. Als ob dir das nicht gefallen wäre. Was passiert hier? Ich check gar nichts mehr. Hallo, ich will mehr sehen, dass du das... Oh. Oh, Schlitten. Nein. Eis. Äh. Mhm. Oh Gott. Mir geht's gut. Oh, ich werd... Ich seh ne Pistole in meinem Gesicht. Hey, wer... Wer ist denn das? Jetzt hatte ich die im Gesicht. Uh. Okay, ich warte auf euch. Schieß, trau dich, Pussy. Okay. Hab dich geschossen. Da liegt schon der Fufu. Und der Maxi. Hallo. Ist hier Winter? Beide gespawnt. Wie witzig ihr aufsteht. So fand es spannend. Kann ich dir helfen? Ah, ich kann dir was geben. Nein, ich hab dir irgendwas gegeben. Das wollte ich gar nicht. Ich geb mir zu. Dankeschön, ich nehm alles an. Gib's mir zurück. Das ist jetzt mein Rucksack. Den nehm ich mit. Kann ich das klauen? Nee, das ist mein... Oh, das sind Fische. Füße weg. Da hinten ist noch jemand. Ah. Hey. Oh, okay. Wow. Okay, ich öffne erstmal mein Emergency Kit natürlich. Oh. Schau mal, wer ist das? Wer ist denn das? Hallo? Der braucht Hilfe. Helft mir mal, ja? Wer ist das? Paluten? Calvin, du es! Oh, Calvin sieht gar nicht gut aus. Nur ich hab den jetzt gar nicht gut. Oh, der hat, glaube ich... Oh, der hört nichts mehr, ne? Schrecklich. Gehirnerschütterung. Oh, oh. Oh, das passt schon. Oh Gott. Das passiert mal. Der ist so hoher wie ich drin. Oh nein. Dann geht's wieder gut. Das ging aber schnell. Seine Ohren sind nur kaputt. Folge mir. Oh, jetzt müssen wir mit ihm so kommunizieren. Oh. Das ist unser persönlicher Sklave. Oh, vertraue ich. Oh, geil. Vertraue ich. Ne? Wir sind ganz schön rabiat zu dem armen kleinen Racker. Mach was für uns. Okay. So, ich guck mal ganz kurz. Sprache, deutsche. Grafiken. Ich will eigentlich... Sichtweite. Ich will, ich will, ich will. Wisst ihr, wo man Anzeige ist? Ich will noch. Ich will randloses Fenster. Randloses Fenster. Anwenden. So. Wunderbarst. Okay. Wir sind sehr, sehr, sehr am Schreiben. Berg, habe ich das Gefühl. Ja. Es ist sehr fröstelig. Folg mir, ja, ja. Ich muss erst mal checken, wie kann ich hier die Granate aus meiner Hand legen. Okay. Maxi, Maxi, schau mich mal an. Ja. Oh, okay. Friendly Fire's an. Ja, ich bin tot. Hat das wehgetan? Ja. Echt? Das hat sehr wehgetan. Jetzt hört auf, ich bin zu bekriegen, Kadetten. Ich bin tot. Nein, ernsthaft? Oh, Friendly Fire's an. Warte, ich heb dich wieder auf. Vielen Dank, wirklich. Guck mal, ich heil dich so. Nur, man kann ihn vergessen. Ich geh kein Gaben, zieh deine. Wer ist da unten? Ich wollte nur mal wissen, ob's geht. Hey, Knud, da ist noch jemand. Was? Oh, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Nee, sieht gar nicht gut aus. Könnt ihr die Kisten alle looten? Ist da noch was für euch drin oder teilen wir uns das? Ah, das ist auch aus euch drin, okay. Ja, ich konnte alles looten hier. Okay. Ihr auch, hier ist nichts. Und doch, hier ist was drin. Okay. Ich hab Granaten, zwei Stück. Sehr gut. Boah, es ist riesig hier. Ich find das Spiel schaut cool aus, wenn ich schon auf den Berg schaue. Mir gefällt's auch sehr gut. Also, im Prinzip sind wir hier auf eine Mission und versuchen vermisste Leute, ne, auf dieser Insel. Jetzt sind wir abgestürzt, weil uns irgendwas abgeschossen hat. Schaut mal hier runter, wenn man hier ein Gleit hat. Gab's doch im ersten Teil. Ah, warte, ich komme. Das schaut so gut aus, einfach. Warum sind wir eigentlich so weit oben abgestürzt? Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir hier runter? Wie mach ich den Sparta-Kick? Fufu? Aber ich kann deine Gedanken verstehen gerade mal genug. Nur 10er, wenn du runterspringst. Sollen wir vorsichtig runter? Ich glaub eher hier hinten, oder? Fufu, machst du? Okay. Nein, Leute, du 10er. Nein, nein, lass uns 10er. 10er, Fufu. Lass uns hier runtergehen, kommt. 10 Euro, ne? Okay, du willst hier gehen. Hier ist noch eine Kiste, Leute. Looted. Sollen wir jetzt den Bach hoch oder wirklich runter? Position. Ich glaub, ich würde eher runtergehen. Echt? Nicht den Bach hoch? Warte, ich will mal ganz kurz... Wir sind auf dem Berg. Wäre es unten bei der Wärme nicht besser? Ich guck grad, ob man halt irgendwie hier noch was findet, wenn man den Fluss... Hier kann man trinken, also den Bach kann man trinken. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich glaub, das ist auch frisch. Das ist Quellwasser. So wirkt es auf mich jedenfalls, ja. Haben wir irgendwie eine Flasche? Hä? Neufe? Ne, wir haben keine Flaschen. Okay. Ich bin eine. Dann haben wir nur eine. So, ich schieb mal kurz meine Cam. Und zwar... Ich hab kaum Leben, ne? Das ist voll uncool. Fufu hat mich so low gemacht. Hey, du hast doch eh... Wir sind eh low. Ah, warte, 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 warte. Fufu, nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Warte kurz. Nuh? Ja. Nicht auf Eis kommen. Oh, oh. Bricht es wirklich ein? Ich hör Sounds. Ich geh hin. Hier ist Gate. Kommt her, still. Hier ist Gate. Aber bricht es nicht ein? Weiß ich nicht, aber hier ist Gate für uns alle. Okay, dann bricht es nicht ein. Oh, geil. Und noch eine Flasche. Und Seile, Leute. Seile sind immer extrem wichtig. Manni, Manni, Manni. Habt ihr eigentlich den alten Teil der Forrest durchgespielt? Ja. Gut. Zusammen sogar. Süß. Das war katastrophal bei uns beiden. Aber dann seid ihr richtige Profis. Guck mal, wir können die speichern. Speichern. Ich höre so viele Stimmen in meinem Kopf. Hilfe. Und hier ist eine Hülle. Skelett. Oh, oh. Ah, hier kann man auch speichern. Den geht es nicht mehr. Möhsack, Möhsack. Oh mein Gott, hier geht es ja richtig ab. Aber du kannst die Sachen aufschlagen. Wie? Cool. Mit der Axt. Wo ist die Axt? In dein Inventar drücken mit EVE. Ja. Und dann dein Notfallpaket öffnen. Wo ist das? Tja. Das ist dieses... Alter. Die Tüte. Die Tüte? Da ist irgendwo eine Tüte in dem Inventar. Aber das leuchtet ja alles auf. Wie kann ich das dann aufwählen? Ah ja, so. Okay. Ah, öffnen. Ich kann auch einfach alles. Ich kann so viele Sachen nachfragen. Oh, nice. Ja, ich spiele halt hier mit Profis. Alkohol. So, geil. Bitte Wodka. Okay, wie habt ihr die Axt ausgewählt? Da scheitert es schon bei mir. Du musst das Notfallpaket öffnen. Wie mache ich das Notfallpaket auf? Indem du einfach auf E drückst und dann kannst du es dir auswählen. Ja, auswählen und dann... Wart mal, ich habe das gar nicht. Doch, doch. Ich drücke E. E I musst du drücken und dann E. Achso, E. Ja. E oder E? Hä? Und ein Navi haben wir jetzt auch, wenn wir auf M drücken. Schaut mal. Bin ich blind? Cool. Ich habe nur ein Messer. Ich habe nur ein Messer. Habt ihr ein Messer? Äh, nee, aber wir haben jetzt ein Navi, Leute. Wir haben ein Messer und wir haben... Du solltest eine Axt haben eigentlich. Eigentlich, ja, eigentlich. Die typische Axt ist in dieser Tüte drin, die du hast. Achso, ja. Die musst du in die Mitte legen und dann das Zahnrad zum Öffnen. Nice city. Wusste ich nicht. Ja, komm mal raus hier. Alter. Ist das ein iPhone? Okay, ich komme. Ist das ein iPhone? Guck mal, wenn ihr auf M drückt, habt ihr auch ein Navi. Wie viel Alkohol hier ist? Drückt ihr M? Äh, ja. Voll nice. Drückt mal mittlere Maustaste, während du dein Handy draußen hast. Uh, kann man ranzoomen. Okay, was sind diese leuchtenden Dinger? Die grünen B lerne aus dem Grundbuch des Bauens. Bs bauen. Oh, das ist voll kompliziert. Ein Zelt. Ein Lagerfeuer. Wollen wir hier oben das bauen? Oder wollen wir das von mir? Ich würde sagen, wir gehen runter, oder? Unten ist es wärmer. Ja. Ich würde gerne den Schlitten mitnehmen. Das ist ja witzig. Hier ist einfach ein Bein, ein Arm, ein Kopf. Okay, wie kann ich das dann wieder hier wegmachen, wenn ich jetzt in diesem Modus bin? Möchte das Buch schließen? Wieder auf B einfach. Okay. Dann... Was macht unser Kerl eigentlich die ganze Zeit? Der kommt einfach mit. Ich stelle dir, wenn wir ihm kein Essen geben. Ist er wie so ein Tier? Ach, guck mal. Ihr könnt doch Sachen kombinieren, ne? Ihr könnt es ja schon mit den Dosen öffnen, ein Katzenfotter öffnen, einen Molotow-Cocktail machen. Okay. Äh, ja? Wollt ihr runter? Ja, lasst uns runtergehen. Okay. Oh, das stimmt besser. Ich guck mal, ob die Karte... Gut. Ja, unten, da ist besser. Da steht, da ist besser. Okay. Oh, ein Hase! Oh, ein Hase! Oh, nein! Kann man das häuten? Oh, ich kann's häuten. Oh, ich auch. Achso, ja. Erstmal wir sperren, aber dann so... Ich mach mit auch. Hey, wie die letzten Tiere, ey. Aber auch, ne? Oha. Lecker. Richtig toxic. Holy shit. Es muss sein. Komm, Palle mit. Ja, Palle, komm mit. Das arme Tier. Okay, egal. Ja, weißt du, es geht um Leben und Tod. Ja. Da hört's auf. Und der Hase hat einfach Pech gehabt, weil ein Hase dumm ist. Läuft zu uns hin. Dumm. Wo ist diese Squad-Stream-Einladung? Muss ich da... Irgendwo hingehen? Ja, aber ich würd... Warte mal. Sollen wir jetzt echt hier runtergehen? Wir können auch springen, wenn du willst. Ich überleg grad, ob's hier nicht irgendwie so Plattformen gibt. Ja, lass mal da hinten. Hatt's doch diese Plattform. Ich würd gern, dass wir unser Haus zusammen unten am Strand machen. Irgendwie oder bei so einem Fluss. Das ist voll schön, oder? Das find ich ja auch rambondisch. Nur, warte, warte, warte. Bevor du da lang gehst, ich glaube, das ist der falsche Weg. Glaubst du? Ich glaub, ich kann hier voll easy runtergehen. Okay, wir gehen runter. Oder? Woo! Ich leide! Sieht doch gut aus, oder? Ja, hab's überlebt. Alles gut. Woohoo! Ihr lebt noch? Ja. Ja. Oh, okay. Komm schon, Fufu, keine Angst. Wie so ein F bei dir drüber ist. Danke. Okay, wie kann ich nochmal die Axt jetzt ausrüsten? Schnell? Wisst ihr das? Oder muss ich... Kreuz nach rechts mit dem Controller? Und auf Tastatur? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, ein Eichhörnchen. Fufu, wie hast du deine Axt wieder ausgewählt, so schnell? Ähm, du kannst I oder... Ich hab's mir auf Tab gelegt, das Inventar. Wie machst du das? Wenn du es hältst, dann ziehst du deinen Bucksack vor. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit Tab auch noch. Mit Tab? Ich hab's in den Inventar umgestellt. Bei I auf Tab. Wie? Welche Inventar mag ich nicht auf I zu haben. Ja. Wie hast du das umgestellt, du Nase? Einstellungen? Gameplay oder Steuerung? Und dann da. Was machst du da, Maxi? Ich beende jetzt keine Lust mehr. Fufu macht mir das alles zu schwer. Sollen wir zu so einem leuchtenden grünen Punkt gehen? Oder zu so einer komischen Höhle? Die wäre ja dann hier. Da gibt es ja diese weißen Dinger. Komm mal her. Hast du gerade einen Stein geworfen nach dem? Ja, auf dem Eichhörnchen. Wie toxik bist du? Es lebt doch noch. Kein Wunder, dass ich dich klar geschlagen habe. Jetzt ist es weg. Das Hähnchen. Äh, Kaninchen. Das Hähnchen. Ah ja, warte. Boah, das Arme. Das ist ja grausig. Ja, es ist so grausig. Warte. Der heißt Kelvin. Ich mach mit. Wieso darf das jeder? Wenn ihr auf eure Map schaut, da sind doch diese weißen Eingänge. Das sieht aus wie so Torbögen. Sind das Höhleneingänge? Ich glaube schon. Schaut nach Höhle aus. Und diese blauen, diese grünen leuchtenden Dinger, sollen wir da mal zu einem hingehen und da unser Lager bauen? Blau? Sorry, die Grünen. Ob ich da was bauen will, aber wir können da hingehen. Die Grünen, die so aufploppen, dass wir mal checken, was das ist. Dass wir einfach zu einem. Wir müssen runtergehen. Ja, genau. Wir laufen mal zu dem einen, der ist da ein bisschen nach dem Leben. Ich hab bei der Weck kaum Leben. Echt, warum? Du kannst doch Medizin nehmen. Wir haben mindestens zweimal Medizin gefunden. Ja, okay, ich gucke. Wo ist Medizin? Ich glaub, Maxi geht's einfach nicht gut vor, weil du mit der Axt auf ihn eingeschlagen hast. Ja, glaub ich halt nämlich auch. Das ist nur eine kleine Fleischwunde. Das ist ja insane riesig hier. Er hat schon mehr durchgemacht. Oh, ich hab gar keine Medizin. Ich hab Alkohol. Hilft das auch? Eigentlich da, wo der Schokoriegel ist. Okay. Okay, wir gehen mal in den Fluss entlang. Du hast eine Echse. Ihr seid schon weitergegangen. Ach, ich halt jetzt. Verdammt. Ja, genug Jagd schon mal. Boah, ist aber schon echt cool gemacht. Das sieht schon nice aus, ja. Oh, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Wallheim bis jetzt. Wallheim? Wallheim. Was ist das denn? Auch so ein Spiel. Hast du? Jetzt, ob ihr das nicht kennt, wie's... Ich kann schwimmen! Also hier ist direkt eine Höhle. Wollt ihr sicher da nicht mal kurz rein? Ja, wir können da reingehen. Okay, komm, wir sind mutig. Hier direkt? Ich bin... Ah, du, ich komm mal. Ziehst du es auf der Karte? Ja, ja. Ist ein Höhleneingang. Ich hab die Karte nicht offen, aber ich vertraue dir, dass ein Höhleneingang ist. Also die ist ein bisschen weiter entfernt. Ich weiß nicht, wie rausgesungt du bist. Das kriege ich immer hin, oder? Was war das? Ja. Ups, das war ich. Oh Gott, ich bin gerade auf der Karte. Ich dachte, das fängt jetzt schon an. Ich muss... Ich muss alles auswählen. Okay. Oh, das ist ein Reh. Da oben war ein Reh. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Komm her, Reh. Ey, nicht mich. Ich kann nicht mehr schlagen. Nein, es läuft wieder von. Verdammt. Rechts ist das... Ach, scheiße. Ganz ehrlich, du wirst eh verbluten. Ich bin so brutal. Kann das sein? Ja. Du bist schon sehr brutal. Ja, du gehörst doch im Wald. Das ist doch perfekt. Boah, guck mal die Spinnen jetzt an. Guck mal die Spinnen jetzt an. Ich glaube, wahrscheinlich unter uns. Ah, ja. Ich glaub, hier ist ein Hintergang. Oh. Hab die Hüte gefunden. Ja, sehr gut. Okay. Ähm. Hallo? Ich hab ein bisschen Angst. Schau mal, hier sind Guardians vorne. Oh Gott, Hilfe. Was? Was? Hä? Oh mein Gott. Die sind ja erst jetzt. Die sind ja tot. Oh. Ach, die sind wirklich tot. Ah, die sind wirklich tot. Lass uns mal Stöckchen machen, oder? Ich dachte gerade, warum stehen die da? Okay, jetzt können wir doch auf B. Können wir doch jetzt, glaube ich, uns dieses Stöckchen bauen, oder nicht? Was ist ein Stöckchen bauen? Wir können doch irgendwie craften, dass wir so, ähm, dass wir so Leuchtstäbchen haben. Da kann ich mir doch einen Stock nehmen und kann ihn doch mit einem Tuch verbinden. So. Wisst ihr, was ich meine? Ja, du legst das in die Mitte und dann kombinieren drücken. Ah, genau so. Jetzt lege ich das in die Mitte. Mit Rechtsklick. Kombinieren. Steht da. So, jetzt lege ich das in die Mitte. Was kann ich mir, was? Ich will mir mal einen Bogen bauen. Was braucht man denn? Und dann möchte ich das kombinieren. So. Ich muss PP. Haben wir auch ein Feuerzeug. Hä, warte mal, wie, wie findet ihr denn das, das, das Feuer? Also du drückst auf, äh, I, dann drückst du Rechtsklick auf ein Stöckchen, auf ein Stoff und dann rüstest du es auf mit Rechtsklick und dann kannst du es mit L anzünden. Gegenstand hinzufügen. Meine Community hasst uns gerade, weil wir die armen Tierchen töten. Hä, wir müssen auch essen. Wollt ihr eine Schädelampe machen? Ja, bitte. Ja, es gibt eine Schädelampe. Ich dachte, ihr wollt sie machen. Wir brauchen mal einen Stock, einen Faden und... Und Feuer, glaube ich, auch. Ich brauche Stöcker. Das gäbe ich mir zu kompliziert, bin ich ehrlich. Ich checke gerade gar nicht. Na, das geht schon schnell dann. Oh, ich finde ganz viele Reckenkirschen. Okay, ich weiß. Okay, Tab, wir gehen den Rucksack rein. Wo ist mein Schädel? Habe ich einen Schädel überhaupt teugen, ist er mit? Ich glaube nicht. Ich höre kurz einen Schädel. Hol dir kurz einen, ja. Ja. Warte, ist hier einer? Kann ich mir nicht den Koffe nehmen? Ja, du musst ihn, glaube ich, erst kaputt machen mit einer Axt. Probier's mal. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Okay, nee. Nee, geht nicht. Da hinten liegt noch Geld. So, lass uns mal reingehen. Habt ihr eure Städelampe? Ich habe eine Lampe, ja. Warte, wie hast du das gemacht? Auf I im Menü. Dann drückst du auf den Stock auf Rechtsklick, auf den Stoff auf Rechtsklick. Und dann kannst du kombinieren. Warte, Stock, Rechtsklick, warte, Stoff, Stock. Genau, Stock und Stoff, Rechtsklick. Ja, und dann auf die Schrauben. Und dann, ja, und dann könnt ihr reinkommen. Ich bin schon drin. Okay, ich habe es gemacht. Scharlaktiten und Scharlaktiten. Und dann überrüstest du es aus auf Rechtsklick und dann steht da L anmachen. Oh, ich habe keine Falle. Hab an. Gut, komm mal, warte auf mich. Gut, ich bin schon drin. Hier ist eine Seilbahn oder so. Schau mal hier. Hä, wo? Wo bist du? Oh, stimmt. Hallo. Mir wird was angezeigt, aber ich kann nichts machen damit. Ich glaube, da brauchen wir irgendwie einen Hebel für, oder? Wie tief runter geht das? Aber wir können hier runter gehen einfach. Ja. Da liegt was. Es geht gar nicht tief runter. Ja, hier war ich nicht mehr. In den Lufttank. In Graufe bestimmt was tauchen später mal. Ich glaube, ich hätte auch. Ja, wo soll man jetzt lang gehen? Ich glaube, das war wirklich nur, um das einzusammeln. Ach, ich wette, es geht erst weiter, sobald wir dieses irgendwas haben, womit wir hier landen. Ja, glaube ich auch. Nee, nicht tauchen. Also, ich weiß nicht. An der Seilbahn bin ich noch nicht getaucht. Glaubst du? Weil ich glaube, da unten kannst du tauchen. Nee, ich glaube, das geht um die Seilbahn, dass man da rüber geht. Oder man springt hier rüber. Geht das? Zehner. I try. Zehner. Und? Komm schon, Maxi. Komm schon. Go, Maxi. Ja, komm schon, Maxi. Junge. Junge, komm jetzt. Komm schon, ein bisschen hoch. Füß hier hoch. Komm schon. Wenn man noch nicht ready ist, aber unbedingt will, ne? Okay, das ist noch. Das wird noch nichts. Ich glaube, man schafft es nicht. Ich glaube, man schafft es nicht. Das wird noch nichts, Jungs. Irgendwann. Okay, ab zurück. Wird schon dunkel, kann es sein? Ah, ich habe es fast geschafft. Nee, doch nicht. Könnt ihr ganz kurz auf mich aufpassen? Ja, natürlich, wir warten auf dich. Okay, weil ich meine Pipi-Blase kurz vorm Explodieren und ich bin irgendwie stuck. Schon wieder? Schon wieder? Wie viel trinkst du denn? Ich trinke mehr als vier Liter am Tag. Warum? Weil das gut für den Körper ist. Ey, wer kommt da oben? Achso, das ist einfach nur ein Palak. Zu viel trinken ist aber auch nicht gut. Ich komme gleich wieder. Okay, wir warten hier so lang. Und dann können wir eigentlich, Fufu, nach Osten, zu diesem, also rechts von uns, zu dem grünen Ding, oder? Wenn du dich mal, oder halt hier gerade aus... Haben wir irgendwo Osten? Also in die Richtung, in die Schau. Aber wir können zu dem. Okay. Das fände ich, glaube ich, weil ich würde gerne wissen, was das ist. Wenn ich euch zu sehr rumbestimme, ist das Aussagen, gell? Rumgestöhne? Rumbestimme. Achso. Nicht rumgestöhne, rumbestimme. Falls er irgendwie sagt, so, hey, wir wollen aber gerade das machen. Ich will nur gerade das Spiel erst mal verstehen, weil man wird hier so reingeschmissen und... Ja, aber das war ja auch schon im ersten Teil. Man wird einfach reingeschmissen ohne irgendwas anderes. Genau. Aber wir kennen es ja schon so ein bisschen zum Glück. So, genug Steinies. Würdest du auch sagen, dass man sich eine Base dort baut, wo man am besten frisches Wasser hat und irgendwie eine Erhöhung hat? Ich habe immer ein Baumhaus gebaut im ersten Teil. Also vom Ding her hat man ja recht viel frisches Wasser, wenn ich jetzt so sehe, wie viele Flüsse auf der Karte sind. Ja. Ich denke mal, alles ist Wasser. Also ich denke, das wird nicht das Problem. Ja, Maxim ist wieder da. Ich würde eher was Schmöbeler da schauen. Sag mal, wie schnell pinkelst du denn? Auch schnell. Pinkelst du in deine... Und wieso hast du was zu essen? Pinkelst du in eine Flasche, die unter dem Tisch liegt oder was? Nein. Ich glaube schon. Ich glaube schon, Maxi. Das würde er nie machen. Ein Reh? Es ist. Also meine Blase ist wirklich sehr, sehr klein. Wirklich sehr klein. Ja, nur weil du klein bist, heißt das nicht, dass alles... Nein. Heidelbeeren collected. Heidelbeeren collecten ist immer gut. Genau, stopp es dir rein. Ja. So wettfressen. Ich bin so gespannt auf die Monster hier. Na, wo gehen wir jetzt gerade hin? Was ist unser Ziel? Ähm, zu diesen... Wir gehen zum Blinken. Genau, pulsierenden Blinken. Und dann bauen wir vielleicht bei dem Fluss erstmal eine hohe Basis, vielleicht zum Baumhaus. Eine hohe, aber auf einen einzelnen Stock oder auf einen einzelnen Baum. Genau. Und dann, hoffe ich, sind wir sicher. Ich würde nie so durch den Wald rennen. Ich hätte viel zu sehr Schiss vor Zecken und allem. Ja, so durch den richtigen Wald würde ich das auch nicht machen. Außer du stehst darauf zu sterben. Schon. Oh, was war das? Habt ihr es gehört? Ja. Wart ihr das? Das war... Das war ein... Äh... Ein Baum. Wovon machen wir keine Angst? Den habe ich kaputt gemacht. Den werden collected. Wir haben... Was bedeutet das mit der Kraft? Das ist die Ausdauer. Ja, das Blaue ist die Ausdauer wahrscheinlich. Oder ist das... Weil wir haben ja einmal Schlaf. Das Blaue ist die Ausdauer. Rot ist... Leben. Okay. So. Wow, wurde ich schon eine offene Fläche? Hier könnte man bestimmt ein geiles Haus bauen. Oh ja. Oh, schön. Kostet halt nur 10 Millionen. Du hast jetzt 10 Millionen? Aber das schaut echt cool aus. Hier so eine... Wenn wir alle zusammenlegen, können wir eine WG abmachen. Oh ja. So eine 2 Quadratmeter WG. Mit Infinity Pool. Richtig. S-Max. Komm Leute, wir gehen hier weiter. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ja. Genau. Immer geradeaus. Sieht voll schön aus hier. Hey, sie sind so weit runtergelatscht. Was war das? Das bin ich jeden Morgen, wenn ich mich im Spiegel ungeschminkt sehe. Fühle. Hey, mein Freund hat vorhin ein Foto von mir gemacht. Ich habe auf der Couch geschlafen. Ich sehe aus wie tot. Also wenn du das Bild groß in der Zeitung ablichtest, jeder würde sofort denken, die ist tot. Ich bin so weiß. Ich schicke euch das nachher mal und ungeschminkt. Ich sehe so furchtbar aus. Ich lade es hoch auf Twitter. Richtig schrecklich. Ich schicke es euch nachher mal. Echt grausig. Richtig gerade? Ja. Irgendwie funktioniert. Da vorne, oder? Da ist hier was. Ach, da ist ein Auto. Da ist was. Guck mal, da vorne ist so ein Auto. Ein Golfwagen. Hier. Ah, das sind Absturzstellen, glaube ich, wo andere abstürzt sind. Ach so. Und die ist ein Loch. Ne, eine Hülle. Aber mir muss es ja irgendwas geben. Oh, stell die. Denk dir, man kann die selbst fahren irgendwann. Oh, das war nice. Dass man eins reparieren kann. Ich habe drei Blätter collected. Wollen wir hier reingehen? Warte, ich trinke. Oh ja. Maxi. Da habe ich jetzt Lust drauf. Da rein zu gehen, ne? Ja. Wenn ihr trinkt, dann stellt ihr eure Ausdauer wieder her. Oh. Also das ist eher der, ich denke mal, trinken, essen und schlafen. Das ist mit oder eins. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Leute. Okay. Äh. Oh. Kann man eigentlich auch zuhören mit dem Schlafen? Okay, man kann. Ich warte auf euch. Oh, kein Signal. Hallo? Ja. Ist sie wer? Hallo? Hallo? Wie geil. Mit Echo. Es geht lang. Hallo? Irgendwie sind die Gänge hier. Warum redest du durch ein Radio? Mach ich gar nicht. Warum es nicht so viel gebaut ist? Links ist voll hell. Kann man das kaputt hauen? 3D-Drucker. Oh, was? Ja. 3D-Drucker. Ja, was? Du hast einen 3D-Drucker, den du hier mitnimmst? Halle. Oh, es ist so dunkel. Ja, ich habe keinen. Oh, wir können die speichern, Leute. Wir haben ja schon eine Base. Oh, voll wie Pfeile. Okay. Kann der mal dieses Buch wegpacken? Guck mal. Ja, auf B. Boah, was ist denn das hier alles? Ach, guck mal. Hier können wir dann Pfeile craften. 3D-Druckte Pfeile. Oh, nice. Das habe ich jetzt hier drucken lassen. Das sind bestimmt die Pfeile. Ach, nice. Das ist ja cool. Nimm mal hier die ganzen Sachen, die hier sind, ne? Ich habe schon einen Bogen. Boah, ich klaue mir einen Pfeil. Warte, wo hast du einen Bogen? Ich habe hier einen gecraftet. Ich hoffe, ich brauche es craften. Ich mache noch mehr. Machst du mir auch einen Bogen? Oh, nice. Perfekt, danke, Wofo. Ich will auch einen. Ihr könnt es speichern, gell? Ich habe schon einmal gespeichert. Okay. Ich will auch einen Bogen. Macht euch einen. Das ist, ähm... Wofo, wir können nicht... Du craftest hier alleine gerade. Das ist ein Stock. Zwei Stöcker und ein Seil. Ja, aber... Warte, was? Wie macht man denn... Er? Jetzt sogar eine Staubsaugerroboter. Trinkflasche. Trink... Ja, ja, warte. Aber bei mir gibt es gar keinen Dings-Fufu. Nee, einen Bogen habe ich nicht drucken lassen. Oh, eine Trinkflasche sollen wir uns machen. Ja, sehr gut. Ich habe es mir im Inventar gecraftet, einen Bogen. Trinkflasche. Ja, Trinkflasche würde ich jeden mindestens eine, glaube ich. Ich mache mir gerade eine. Ich fülle mal nach. Das war einfach... Warte. Nee, was war ein Bogen überhaupt? Ein Seil und Knochen und zwei Stöcker, glaube ich. Ich fülle auch einen Stöcker und irgendwas. Ich fülle auch eine Trinkflasche. Ich auch. Ich habe auch gedrückt. Gut. So, Trinkwarte, Fufu. Du meintest zwei Stöcker, ne? Und ein Messer. Lass uns mal alles drucken. Ich fülle einfach mal ein Seil hin. Ich fülle ein Seil in die Mitte und dann siehst du beim... Ähm... Das ist witzig. Wie heißt das Teil? Ah, das Zahnrad. Genau, das Zahnrad schon, was du noch brauchst. Ey, wer hat mir die weggegeiert? Ich habe nichts mit dem Bogen. Ich habe keine... Ah, ich habe schon eine. Das Klebe, wann? Dann bist du meine. Ey, Fufu, du kannst dir die Trinkflasche gleich holen, dann. Ich glaube, ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Ah, ja. Hä, ja, ja, ja. Aber hinten, okay, nice. Musst du auch noch... Muss mal eine Trinkflasche... Ein Messer haben wir schon, oder? Ja, ein Messer haben wir. Was kann man da noch machen? Habt ihr mal eine Trinkflasche genommen? Eine Maske? Kommt Druck. Ein Enterhaken, Technik, ein Schlitten. Aber da braucht man 1000. Haben wir auch zu viel? Wir haben noch 800. Lass noch nicht machen. Lass mal weitergucken. Was gibt es noch? Pile. Ich habe die Trinkflasche im Vitalsrennen. Den kieße ich sie weg bei mir. Ja, links ist es. Unter deinen Energy-Riegeln. Oder unter deinen Konsern. Hey, da war eben noch... Ich habe mir eine Dose gecraftet. Die ist jetzt weg. Hat der irgendwie die gesneckt? Was? Ich habe nur eine. Ah, jetzt ist die. Achso, die war da noch. Ich hätte gerne Taschenlampe. Okay, dann lass mal wieder Feuer auswählen und nochmal reingehen. Okay. Ich mache mir Pfeile, bis ich keine aufheben kann. Fufu, Alter. Was denn? Ich will ready sein für die Gegner. Ja, genug geht schon rein. Nein, nein. Alles gut. Wo hast du den Bogen her? Zwei Stöcker, Klebeband und Seil. Ah, das hast du dir gemacht. Okay, sehr gut. Fufu, jetzt lass mich auch mal rein. Klebeband? Du hast eh keinen Aim. Und du bist ein paar Mann. Mehr Aim als du? Also, wo und welchen Spiel? Ich brauche... Yay. Geil. Aufsicht, Alpha, wir müssen... Wir müssen... Ähm... Wir müssen richtig role-playen, Leute. Ja? Zwei Beguck. Fufu. Wie ihr da alle druckt, die ganze Zeit? Ja, ich wette. Ich kann mich nicht mehr hinstellen. Warum? Fufu, geh... Ich hau dich. Geh weg, du Eiter. Zack. Hm. Ich kann keine mehr tragen. Wo sind die hinten? Die sind da hinten reingefallen. Och, Mann. Oh, no. Fufu, jetzt hau auf die Einstellung. Gibt es genug, mir ein paar. Ich brauche keine. Ich will eh nicht mit Pfeil und Bogen schocken. Ich kann eh keine mehr tragen. Ich würde... Also, das ist die letzten, die ich mache. Also, du kannst 20 Stück tragen. Die sind im roten Koffer. Äh, im schwarzen. Im Inventrator. Mir wird die ganze Zeit gesagt, dass die Pfeile nicht funktionieren, Fufu. Okay, lass mal weitergehen. Egal. Wir gehen weiter. Wir laufen mal nach hinten. Okay. Hallo? Was war das? Ist da wer? Ach so, das ist der Müllsack. Das ist ein Roomba. Müllsack. Hallo? Was ist das hier? Boah, da oben ist Schleim, oder? Hey, Freunde, guckt mal. Schleim. Kann man das aufballern? Warte mal. Alles für cool hier. Oh. Entschuldigung. Au. Tut mir leid. Danke. Tut mir sehr leid. Ich werde zweimal oder dreimal gehauen. Das tut mir sehr leid. Hier haben wir eine Armbanduhr collected. Oh, die braucht man. Die ist wichtig. Alle durchrennen. Oh, Geld, 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 Geld. Wir werden reich, wir werden reich. Wenn wir zurück sind, was verkauft ihr? Wir haben eine Chipkarte. Ne, uns fehlt die Chipkarte. Finden wir die hier irgendwo? Ist bestimmt irgendwo da oben. Glaubst du? Ist an die Decke. Ne. Was? Können wir die drucken? Ich glaube, wir konnten keine Chipkarte drucken. Das wäre ein bisschen weird. Naja, ich glaube, sowas sollte man nicht drucken können. Ich warte, man findet die irgendwann einfach. Ja, die Leute meinen woanders. Ach, Mann. Wolltest du jetzt noch Pfeile oder so? Was gab es eigentlich noch so? Okay. Pinkflasche, Maske. Enter. Ich glaube echt, dass wir das nicht alles verbrauchen sollten. Ne, ne, also diese Druckerfarben. Außerdem ist es draußen dunkel, gell? Wollen wir jetzt überhaupt raus? Können wir schlafen? Ja, ja, wir können schlafen. Oh, lass uns mal machen. Wir können hier schlafen. Und wo ist eigentlich Calvin? Wer ist Calvin? Na, unser Homie. Ach, du meinst Paluten? Ja. Der ist draußen, der wartet. So, ich warte auf euch. Lasst schlafen. Also die Leute sagen, wir sollen den Drucker auf keinen Fall leer machen. Das würde ich auch sagen. So, sehr schön. Dann nochmal speichern. Wird auch alles, was wir getan haben, die Konsequenzen damit ertragen werden müssen. Ich habe Hunger, warte ich, ich muss irgendwas essen. Oh shit, ja, ich auch. Was gibt es denn? Erstmal ein Schokorien. Ein Meal. Ja, lass mal essen. Haben wir irgendwie ein Feuer oder so? Wir haben Fleisch. So, und noch eine Dose Energy Drink. Nur, komm mal rein kurz. Wo bist du? Im Raum, wo man schlafen kann. Ich mache mal ein Feuer, ne? Oh, mein Gott. Guck mal, ich habe eine Maske. Was passiert denn hier? Über alles Wasser angegangen. Wie witzig. Kann ich jetzt hier was drauf draten? Drück mal aufs Feuer. Ach, guck, ich habe hier ein Fleisch drauf. Äh, nein, nicht mein ganzes Fleisch drauf. Ich habe mein ganzes Fleisch. Ich schäfe sogar Geld rein. Ja, guck mal, wie es brennt jetzt, wenn man Geld rein schweißt. Schmeiß Geld rein. Hey, Leute, es wird einfach so gestört. Ich höre nichts. Hä, es hat doch gar nichts in sich gebraten. Sorry, ich sehe dich nicht. Ich habe eine Maske. Boah, die fressen es jetzt. Ihhh, wir essen es roh. Igh, das ist ekelhaft. Ihr müsst es auch braten lassen. Ich habe mein Fleisch roh gefressen. Ich muss hier mal raus. Mir macht die Höhle ganz irre. Wie lange dauert denn das? Weiß ich nicht. Vielleicht könnte der... Ich muss was trinken. Du hast nicht lang genug gewartet. Übrigens aufpassen, es kann noch verfressen. Ey, Fuhu, kam es gerade? Ja. Eine halbe Sekunde, nachdem du deins runtergenommen hast, war das andere fertig. Aber das blinkt dir immer noch, gell? Ist das normal oder kann mir noch was einsammeln? Ja, ich auch. Das ist viel zu laut. Für die, die es schon gespielt haben... Ey, Fuhu, wo ging es dir überhaupt raus? Wir hatten doch eh nur den Einweg. Ja, okay. Nee, sorry. Ist es hell draußen? Ja. Wunderbar. Ich gucke gerade. Ist es normal, dass es immer noch grün ist oder haben wir hier irgendwas bleibt? Okay, das hört sich nie auf. Können wir das irgendwie markieren? Nur, dass du gar nicht meine Maske effizientest. Ich habe die gar nicht gesehen. Tatsächlich, es war so dunkel. Siehst du sie jetzt? Schau mal, ich habe 3D gedruckte Pfeile. Oh, wunderschön. Oh, hot. Äh, ich glaube, da kommt was. Wo? Da. Freund. Sie sind jetzt schon da? Wer ist denn der? Hallo. Wollen wir uns vielleicht... Kann ich trinken? Hier, mein Rucksack. Ich muss mal trinken. Oh, das ist ja auch einer. Wollen wir mal abhauen und uns eine Base bauen, Leute? Wir sind echt nicht gut... Der hat mich nicht angegriffen. Moment, ich fülle meine Wasserflasche mal auf. Ey, die greifen, glaube ich, die Palle an. Ah, nee, das ist Fufu. Guter Punkt, wie füllst du die auf? Du musst sie rausnehmen, ausrüsten und dann einfach wie trinken. Okay. Aua, ey. Sag mal. Du... Gut. Was willst du, hä? Was willst du machen? So, rein damit. Sehr schön. Ah, okay. Die grünen Punkte können Speicherpunkte im Kurs sein. Sorry, ich habe ihn. Okay. Sorry, Fufu. Nur, wir können gehen. Ja. Sollen wir hier irgendwo im Fluss, ein bisschen weiter zum Strand, einfach mal eine Base bauen? Oder wo wollt ihr hin? Ja, ich finde es gut, dass du jetzt so einen Freund mit bist. Ja, ich habe einen Freund dabei jetzt. Und was sind die Ausrufezeichen? Weiß das jemand? Nee. Okay. Sie Quest-Ziele? Komm, Maxi, hast du mal dabei. Das ist aber schön. Ja. Jetzt gehst du mal raus. Okay. Ich gehe jetzt einfach zum Meer hin, ne? Genau, wir können sonst auch hier bauen, weil hier haben wir ja sonst noch Bäume. Also, wir haben ja Bäume. Ich würde noch ganz unten gehen. Ich glaube, das ist am schönsten. Wir haben die beste Aussicht. Wir können direkt mit dem Boot wegfahren. Aber am besten noch ein bisschen im Wald. Was müssen wir so weit rennen, um die Baumstümpfe immer zu holen? Hä? Ist hier nicht überall reich? Ihr gang mal schlank. Was? Ich werde einmal ganz kurz zum Ende laufen. Okay. Filze. Shitake. Oh, geil. Ich glaube, mein Ausrufe ist ein bisschen schneller weg, weil ich den trage. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich atme auch schon ganz schwer. Hier, ich muss auch noch mal was Neues essen. Wow, look at this. Strand. Ah, hier können wir doch wohnen. Ja, hier finde ich es gut. Das ist sehr schön. Gefällt mir. Weil dann haben wir auch ein paar Bäumstümmle. Ja, ja, genau. Ja. Hätte jetzt doch was Schönes, ne? Ausrufezeichen bedeutet übrigens, dass dort Loot ist. Okay. Dass dort Loot ist. Ja. Wollen wir uns gleich ein Boot bauen und zu dem anderen Boot da hinten hinfahren? Und dann können wir mit dem Boot wieder weiterfahren. Wo ist der Boot? Da ist die Maxify 24 Stunden auf dem... Kann ich den Cover packen? Oh ja. Ich habe den Kopf abgehauen. Wie, was, why? Da war ne Hand. Oh, hier ist die Hand. Ich esse die. Nein, ich esse die Hand. Iiiiiiii. Und wie schmeckt sie? Abartig. Sie schmeckt nicht so geil. Ist das unser Freund, oder? Da sagt jemand, wenn wir dem rechten Fluss folgen, kommen wir zu einem Wasserfall und einem wunderschönen Punkt, Punkt, Punkt. Wasserfall? Dem rechten Fluss. Punkt, Punkt, Punkt. Das bedeutet da wahrscheinlich hoch, oder? Echt? Rechten Wasserfall? Ja, wahrscheinlich. Sollen wir mal hoch? Jetzt bin ich neugierig. Können wir irgendwie die Seemöwen töten? Bestimmt mit Pfeil und Boden. Bogen. Ja, das ist so riesig, die Maps. Das ist ja verrückt. Jetzt muss es wieder dunkel, gell? Sollen wir uns schnell mal irgendwas bauen? Wir können uns gleich mal, wenn wir wollten, ein Haus bauen, ja? Da oben ist auch ein Ding, irgendwas Grünes. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir da hingehen. Dann lasst uns mal kurz hier was bauen, schlafen und dann da hochgehen, oder? Dann sind wir zwischen Strand und Fluss. Ich glaube, so schnell kann man nicht was bauen, oder? Doch. Lass mal gucken. Können wir ein Baumhaus bauen? Mal eben kurz. Können wir an diesem Baum ein Baumhaus bauen? Der ist so alleine, der ist viel cooler. Wir können nur ein Zelt bauen, ne? Oh, der Baum ist doch cool, oder? Ja. Wenn der runterfällt, dann würden wir mitfallen. Wäre ich voll dabei. Ja. Und wie baue ich das jetzt? Hier. Oh, hier. Was ist dein Plan gerade, du? Können wir dir irgendwie behilflich sein? Ich möchte eigentlich gerade eine Unterkunft für uns bauen. War's fein, ne? Ich gucke gerade, dass wir irgendwie nicht so leichte Beute sind. Mhm. Aber hier kann man kein Bauhaus bauen, wie ich's wollte. Wenn du X drückst, kommst du zu anderen Sachen, ne? Genau. Im Moduswechsel. Dann Bau. Wir könnten ganz kurz 75 Baumstämmel holen und könnten uns ein richtiges Haus bauen. Mal eben kurz. Ja. Okay. Unterkünfte, das können wir auch machen. Ein Baumunterschlupf, das ist genau der Shit, wovon ich spreche. 96 Baumunterschlupf, das willst du machen? Genau, dann könnten wir da hinpacken. Guck, warte. Ja. Und jetzt können wir da oben, seht ihr es? Also nicht die Bäume jetzt fällen, sondern alles drumherum. Dann sind wir nämlich oben und dann machen wir da noch ein Seil hin. Einsammeln Bretter, 36. Guck mal. Baumstämme, 42. Ja, okay. Boah, wie lange braucht es denn, ist so ein Baum zu fällen? Ich habe Palle den Auftrag gegeben, dass er Baumstämme uns holt. Guck mal, was er jetzt macht. Guck, und der geht hin. Vorsicht, Maxi! Maxi guckt dir zu, denkt sich, so was passiert hier. Wie viele brauchen wir? Noch 10 Millionen. Wir brauchen... Scheiße, die rollen alle runter. Und dann 41 Baumstämme und 36 einzelneinsamen Bretter. Also Bretter, keine Ahnung, was Bretter sind. Ach, das steht ja links alles, achso. Eine Rettungsinsel da hinten, das Geld ist orange, ne? Ich finde es cool, wie der Baum kaputt geht, richtig? Ich glaube nur, dass wir halt hier sicher sind, wisst ihr? Ja. Ist das orange oder da hinten die Rettungsinsel? Das ist die Rettungsinsel, wo ich 24 Stunden ein Video gemacht habe. Ja, korrekt. Da steht in der Rettungsinsel, da gibt es nämlich ne Pistole, Leute. Oh, innen sind Spoiler. Doch nicht, doch nicht. Erstmal machen wir das. Wir machen einfach... Okay, 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 okay. Wir bauen das jetzt zu Ende. Fall ist nämlich auch gerade Feuer und Flammen, um das hier fertig zu bauen. Deswegen machen wir das. Maxi, warte. Hier. Ja? Warte. Danke dir, Frau. Ich bin so stark. Du bist der Stärkste von allen. Oh, wir brauchen nur noch 30 genug. Das geht doch rucki zucki. Ja, es geht echt schneller. Rucki zucki. Ich geh Bäume fällen. Du fällst, Fufu, ich trage. Und wann bekommen wir Essen? Guck mal, Palle macht das auch. Wunderbar. Ich mach euch gleich was Feines. Okay, Mutti kocht. Super. Da kommen wir doch alle. Ich fahre mit meinem neuen Thermomix. Würdest du dir gerade... Ich mach mir den Stock. Okay, der meint, wo ich jetzt war nicht mehr. Das ist mein Baum. Jetzt Tretbötchen. So. Okay. Mehr gibt's hier nicht. Punga, sieht schon ganz gut eigentlich aus. Ja, bis jetzt. Wir rollen die ganzen dummen Dinge runter. Das ist ja nervig. Können die mal aufhören, sich so realistisch zu verhalten, die Baumstämme. Also wirklich. So. Könnt ihr nur. Gibt doch Hai anscheinend. Sehr schön, wie ihr das macht, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Passt nur auf, dass es nicht auf die Hütte drauf geht, gell? Sonst ist die kaputt. Ja, die geht dann kaputt. Oh, warte. Treffe ich die Hütte? Oh Gott, Hilfe. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das war knapp, Fufu. Nächstes Mal. Die Hütte geht nämlich dann wirklich kaputt, ne? Bitte nicht kaputt machen. Einen Versuch hab ich noch. Nein, nein, bitte nicht. Ich glaub nicht, dass Fufu das schafft. Nicht machen. Dann bau was anderes. Das ist übel abfuckt. Dann müssen wir alles wieder neu machen. Wir haben ja noch nichts gemacht. Deswegen, lass mal das fertig machen, ja. So. Oh, oh, der kommt gut, Fufu. Der kommt gut, der kommt gut. Oh, mal live, be live. Alles gut. Alles gut, Fufu. Ist nicht kaputt gegangen. Ich glaub aber, wenn's fertig ist, dass es dann geht. Ja, das wär mir nicht sicher. Glaubt ihr uns einfach ausgestellt, was übel nervig ist? Hä, hab ich gemerkt? Hat mir grad irgendjemand den Weg getan? Wo hast du grad... Nein. Oh, holy shit, was mach ich denn mit den Dingern? Hä? Ich will die doch einfach nur hinbauen. Achso, wie sind's für ein Pferd? Alle sind genug Kreuzblöcke, glaub ich. Wir brauchen hier Bretter. Achso, die machen automatisch Bretter draus. Und dann Viertelstämme, Baumstämme. Nee, wir brauchen noch Baumstämme. Genau, und Speichern. Ganz wichtig. Das ist elementarste überhaupt. Ich hör ganze Zeit was planschen. Ja. Ja, ich auch. Was ist das? Nämlich da nicht. Ich hab das Gefühl, irgendwas ist kaputt. Kaputt gegangen. Ja, Palutnis heißt echt nicht so, ne? Der hellste, aber er macht das, was er machen soll. Okay. Okay, wie kriegen wir jetzt die Dings hin? Die Bretter? Ah, Baum. Genau, einfach nur einen Baumstamm nehmen und der zerteilt die selber. Achso, okay. Hier unten rollen noch 10 Millionen, wenn er's braucht. Echt? Ja. Dann komm ich mal zu dir. Da ist nur noch einer. Oh, da steht auf, passt auf, der Kelvin fällt auf die Baumhäuser. Oh, stimmt, ne? Nicht, dass der auf einmal die Sachen nimmt und kaputt macht, ne? Dann erschieß ich den höchstpersönlich. Der holt gerade Fisch für uns. Gut. Echt, jetzt hast du das so gesagt? Guck hier, er hat mir gerade Fisch gebracht. Oh nein. Echt? Guck mal, er hat mir Fisch gebracht. Du hast denn mal angeln weiter, ist ja voll gut. Ey, das ist mein Fisch gewesen. Du, doch, den brätst du mir und den gibst du mir. Wie macht das 50-50? Ich hab mir den Auftrag gegeben. Ja, aber ich hab Hunger. Ja, ach so, ich nicht, stimmt. Wie komm ich hier hoch? Warte, wie mach ich das jetzt mit den Dings draufhauen? Geht das noch nicht. Genau, musst du einfach auswählen und je nachdem, was der braucht, sammelt der das dann. Ja, ich meine, nein, wie krieg ich ein Dings daraus? Also so. Aus dem Baumstamm. Nein, ich wählst du den jetzt aus und dann gehst du zum Haus und dann macht er das automatisch, was er braucht. Ich kann ihn nicht mal hochheben, ich weiß nicht warum. Auf E eigentlich? Ja, eigentlich, ja. So, noch zwei und dann haben wir fertig. Dann haben wir fertig. So. Maxi, Pfand. Ja? Nee, nee, wufu. Hast du das? Ich kann ihn nicht heben. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh, was war denn das Fragezeichen? Ach so. Bam. Fehlt nicht mehr viel. Ich wünsche, ich könnte so auch in Echtbaumhäuser bauen. Ja, wie geil das wäre. Ja, ne, auch in der kurzen Zeit. Das wäre nice. Ausdauer. Kicks. Haben wir eigentlich auch Fertigkeitspunkte in dem Teil? Weiß ich gar nicht. Ich fähre, ihr holt, okay? Ja, ich glaube, wir brauchen nicht mehr genug. Doch, ich glaube noch ein bisschen, oder? Ja, doch, ich glaube auch noch ein bisschen. Wir brauchen noch zwei. Wir brauchen noch zwei. Okay, nee, dann sind wir fertig, oder? Okay, nice. Nee, wir brauchen noch mehr. Was wollen wir noch? Wir brauchen noch andere Sachen. Ja, okay. Raumstämme komplett. Viertelstämme und Dreiviertelstämme. Okay. Ja, jetzt haben wir es aber gleich. Ja. Wollen wir noch? Was glaubst ihr, wie einfach Seven vs. Wild wäre, wenn man das so easy machen könnte? Ja, wirklich. Vor allem, wie sie die Baumstämme einfach auf ihre Schulter liefen. Bam. Zwei Stück. Easy. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hä? Oh. Das ging auf mich? Ja. Okay, verrückt. So, nur noch zwei. Fertig. Oh. Yay. Jetzt können wir da hoch. Wie geht das? Ja. Und dann können wir da oben noch ein kleines Schlafzelt bauen und dann können wir das speichern. Das hört sich gut an. Und das Lagerfeuer. Genau. Das würde ich aber, glaub ich, unten machen. Ich glaub, du kannst damit trotzdem alles abfackeln. Nein, nein. Unterkünfte. Wo kann ich denn Zelt bauen? Erstmal Applaus, dass wir es geschafft haben. Hallo? Wo kann man denn diese Speicherzelte machen? Glaubst du, das ist schade? Jagdunterstand, kleine Unterkünfte fallen. Wo ist noch das Ganze? Ich hab einen Fisch. Unterkünfte. Ja, den hab ich in der Banken stellen. Achso, den hast du gefangen, ja? Ja. Wie passt auf das Feuer auch so? Modus wechseln. Ah, okay. Ja. Genau. Und wie kann ich denn jetzt das Zelt bauen? Ja, ich hab Steine. Große. Äh, ups. Nein, nicht essen. Wie kann ich das Zelt bauen? Äh, hast du gerade den Kopf abgebissen? Ja, hab ich. Vom Rohr. Oh mein Gott. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Äh, Jagdunterstand oder Planen im Inventar waren vorhanden. Okay. Hab keine mehr für dich. Ich kann, ich kann... Ja. Was plantst du die ganze Zeit da? Das ist ein Baumstamm. Jemand hat... Frau Onkelchen meinte, das ist ein Baumstamm, ist durch den Boden gegangen. Und kein Stamm. Und das ist anscheinend Wasser unten. Hast du das Fleisch genommen? Ja. Achso, okay. Brauchst du noch mehr? Eine Plane hinschmeißen. Haben wir eine Plane? Echt? Ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Wo? Oben rechts im Inventar. Kann ich nicht auswählen irgendwie? Ich hab keine. Ich pass die nicht rein, du. Oh, echt? Die passen nicht rein. Ja, das läuft über Rot. Oh no. Also müssen wir die Plane unten machen. Okay. Warte, ich probier's mal kurz. Ich nehm mal meine. Scheiße. Okay. Und dann ein Stöckchen, ne? Ja. Ach, witzig. Gib mir den Fisch. Jujujo. Das hast du Feigen gemacht. Ja. Oh, jetzt können wir hier speichern. Der geht zu dir. Ja, weil ich mir auch zurückgegeben habe. So, speichert mal alle hier. Nein, nee. Kann ich meine Plane wieder mitnehmen irgendwie? Oh, wir können auch oben ein Bett bauen. Warte mal. Oh, verrückt. Okay. Mein Traum. Bett. Wie baue ich denn ein Bett? Bett. Jujujo, wie hebst du das hoch? Äh, mit einem Stock. An der Seite ist dann so ein Pfeil nach oben und dann links. Treppe, Rampe, Stützen. Wo finde ich denn das Bett? Ah. Cool. Linke Seite. Wunderbar. Jop. Erstmal speichern. Möbel. Möbel. Ich trinke kurz. Mein Homi bringt mir wieder Fisch. Was ist denn überhaupt den Fisch? Ich weiß nicht wie, aber. Was ist denn beseitigt fünf Meter? Mach Pause. Bleib hier. Keine Baumstämme anscheinend. Unterstuft abbrechen. Ah, Bett aus Stöcken. Oh, süß. Habt ihr noch ein paar Stöckchen? Wir können uns hier oben ein Bett bauen, Leute. Dann können wir das nämlich abbauen. Ah, okay. Und dann können wir oben speichern. Was ist das machen? Oben, wenn ihr noch Stöckchen habt, könnt ihr das Bett dann hinpacken. Schau mal hier unten. Hier ist ein Stein. Unten ein Holz geklebt. Ich glaube, ich habe noch ein paar. Okay, mehr habe ich nicht. Okay, also Stöckerfarm. Genau. Und dann könnten wir schlafen und könnten weiter aufbrechen, wenn ihr wollt. Mexi. Ja? Blue. Hinter dir. Komm mal, schau. Oh, ups. Nein. Fufu. Fufu, mach die Dinger kaputt. Ja, danke für den Stöckerfufu. Kannst du die Plane wieder nehmen? Oh, ich würde auch gerne wieder meine Plane nehmen. Ich weiß nicht wie. Mit C vielleicht? Oh, die Plane. Aber mit C. Echt? Mit C halten. Irgendwie an der Kanton. Danke, super. Perfekt. So, noch ein paar Stöcker. Können wir eine Treppe hochbauen? Bestimmt, bestimmt. So. So. Ich habe jetzt ungefähr so 15 Stöcker oder glaube ich. Ja, dann müsstest du es eigentlich fertig machen. Okay, ich habe es fertig gemacht. Cool. Dann speichern wir da oben. Habt ihr alle genug gegessen? Oder sollen wir erst mal... Oh, oder wir können uns die Pistole holen, wenn ihr Bock habt. Ja, wir können uns die Pistole holen. Ja, mit der ganzen Munition, die wir haben. Ich werfe da noch ein bisschen... Ich habe noch zwei Fische, die ich draufwerfe kurz. Dass die noch ganz kurz braten. Okay, ich will da hoch. Was mich hoch? Ich komme da nicht hoch jetzt. So. Oh, Calvin können wir auch beauftragen. Der arme. Ja, der hat... Der soll Fische holen. Der soll einfach nur Fische holen. Die ganze Zeit? Dann haben wir unendlich viel Essen. Der macht, dass er Fische holt. Der Süße. Der Süßi. Ja. Was braucht man für ein Speer? Geht doch bestimmt. Hm. Handgefertigter Spiel. Messer und Liebe. Okay. So. Dann lass mich mal gucken. Essen. Ich habe da gerade Fisch drauf. Mein Fisch wird, glaube ich, gerade spart. Schmeckt der Fisch? Entschuldigung. Nee, ich habe wieder, der schmeckt gut. Sorry. Ich wollte nicht. Ich lege dir wieder einen drauf. Entschuldigung. Tut mir leid. Aber es war echt... Ich habe allen Essen dabei. Wie du mir einfach nur zugeschaut hast. Ja. Ihr Süßis, wollen wir mal rüberschwimmen? Ich hätte voll Bock, mit euch ein bisschen schwimmen zu gehen. Bei minus 10 Grad. Ich bin immer dabei. Okay, da drüben ist Maxi Pfeiler. Der Drehgrad der 24 Stunden Challenge. Ich würde sagen, wir überraschen den jetzt. Oh man, was ein Traum. Das war der schlimmste Challenge, Maxi. Wisst ihr, wenn Maxi macht ja ab und zu so kranke Challenges? Das war meine schlimmste, wenn es schlecht war, gell? Ja, ich habe fast die ganze Zeit gekotzt. Das gibt es doch nicht. Krass. Ich habe die Möwe umgebracht. Sehr gut. Hol dir das Fleisch. Das hast du dir verdient. Wird eigentlich das Fleisch hier auch schlecht? Stimmt, oder? Das werden wir sehr schnell herausfinden. Wenn der Durchfall kickt. Hm. Das musst du aufbewahren. Den Durchfall? Ja. Okay, warum? Falls du Durst hast. Und dann trinkt man Durchfall. Ist doch gut. Dann hast du keinen Durst mehr. Bevor du verdurstest. Genug? Ja. Ist das ein Ding, was man, trinkt man Durchfall, bevor man verdurstet? Nein. Warum erzählt mir das an Fufu? Ich glaube, du trinkst dann eher deinen eigenen Urin, aber das funktioniert auch nicht so gut. Wow, sieht das cool aus. Doch beim Urin habe ich gedacht, das sollte gehen erstmal. Ja, erstmal, aber irgendwann auch nicht mehr. Also der Körper. Mein Urin ist komplett durchsichtig, ist nicht farblich. Bei dir, Maxi, den kann man bestimmt wieder verwerten bei 4 Liter. Ja. Die, dein Urin ist durchsichtig. Ja, ist es. Nicht grün? Nein. Wir schwimmen jetzt zu der, zu Maxi, ne? Ja. Ja. Keine Frage, so im Wasser. Gibt es Haie oder Delfine oder sowas? Dann werden wir gleich sehen. Nein, ich hoffe nicht. Vielleicht kommt ja gleich ein Hai und beißt so ein bisschen mal am Bein. Ey, das wäre so das Schlimmste überhaupt, ne? Ich gucke mal ein bisschen runter. Ich habe eigentlich Schiss, weil die Sicht so ätzend ist. Einfach, einfach Augen zu und durch. Wenn du es nicht siehst, kann es nicht siehst. Ich werde gebissen von irgendwas. Es ist ein Hai! Oh, es ist ein Hai! Ist er hinter mir? Ja, es ist ein großer Hai! Ist er hinter mir? Ich war, ich sehe es nicht, du verschwommen. Shit, hat er euch auch gebissen? Noch nicht, aber er hat es bestimmt vor. Man war nicht so schnell. Oh mein Gott. Ich bin tot, ich bin tot, das war alles. Oh Gott, jetzt bist du vor, du sagst, dass wir ein Hai. Was? Ich bin auf dem Hai drauf. Ich stand auf dem Hai. Okay, okay, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Wie komme ich hoch? Wie kommt man hoch? Wie kommt man hier? Ja, das alte hoch. Oh Gott. Oh, wie eklig. Oh Gott, das Willen. Okay, cool. Oh, shit, meine Hand flutet. Wessen Hand flutet hier? Oh mein Gott, fürchterlich. Ey, die sieht wirklich so aus wie die Rettung von mir. Ey, da bin ich! Ja, das sieht echt aus wie du, Maxi. So lag ich da auch die ganze Zeit. Geil, wir haben eine Waffe, ganz viel Stift hier. Wo ist die Waffe her? Vengalus. Das ist gar keine Waffe. Was war das? Der Hai. Oh, was hat der das kaputt gemacht? Äh, wieso geht das aus, Leute? Hat einer von euch drauf geschossen? Ich habe nicht meine Waffe. Leute, das Ding geht aus, oder? Ah, nee, okay. Mit mir die Waffe? Du, von wo ist die Waffe? Das macht die Möse da. Ich habe die Waffe. Nice, ich auch. Ein noch. Ein noch. Gut. Puh, okay, jetzt müssen wir wieder zu. Ihhh, der Hai. Oh mein Gott! Hast du es gerade gesehen? Schau mal, der Hai schwimmt hier raus. Der jumpt hier raus. Der Hai ist tot. Erschießt du den? Ich habe mir den einmal gerade geschossen, ja. Hai ist weg. Da hätte ich jetzt echt gar keinen Bock drauf, ey. Fangen wir zurück? Der war schon sehr groß. Da ist wieder eine Möwe. Wahrscheinlich jumpt der das gleich wieder raus. Das ist eine Rettungsrisse für sechs Personen. Meine konnten nur zwei rein. Meine war viel kleiner. Sollen wir schwimmen? Okay. Klapper! Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Wie ätzend ist das? Die Möwen stehen auf Wasser. Die wollen einfach, dass der Hai ihnen mal einen Po snackt. Das ist ja furchtbar. I'm so scared. Boah, ich sehe Fische. Ganz viele Fische. Gibt es viele Essen? Ja, ich glaube, die können wir snacken. Die schmeckt mir schon ganz delicious. Okay, ihr seid ja angegriffen worden. Das ist jetzt noch nicht. Ich würde sagen, der nächste Plan ist, wir jetzt mal nochmal schlafen, uns aufrüsten und von hier aus ist direkt der nächste grüne Punkt gar nicht weit weg. Ja. Das sind morgen mal ein bisschen Ausrufezeichen grüne Punkte durchforsten. Maxi, du bist ja richtig schnell. Was ist los mit dir? Ich gehe mit der Welle. Das merkt man ja. Oh, warte mal. Wir können so rein. Das ist ein Fisch. Wie, wie, wie. Angegen? Wie viel Grad haben wir eigentlich? Es muss doch saukalt sein. Maxi, Hände hoch. Geil. Hände sind oben. Sie werden so schnell erwachsen. Kann ich die Waffe an meinen Rucksack tun? Bestimmt. Wusstet ihr, wenn ihr euer Inventar gedrückt habt, ganz kurz, dann holt ihr so einen Rucksack direkt raus, ne? Für die Short-Dinger. Und die Waffe ist automatisch am Rucksack dran, wenn ihr sie weg macht. Oh, nice. Cool. Verrückt, ihr habt auch mal was von mir gelernt. Ja. Danke, Maxi. Hinten ist unser Baumhaus. Die Uhrzeit und sowas haben wir auch nicht. Oder irgendeine Sonnenuhr. Warte mal, steht die hier nicht drauf? Ne, doch, 15.27 Uhr haben wir. Tag 2. Oh, bin ich das geändert? Okay. Dann, mal gucken, was das so noch geht. Ausrufezeichen fände ich mal super spannend. Da hat es nämlich Loot. Ist auch gar nicht so weit weg. Stimmt, ne? Es ist doch schon weit weg. Wir können ja morgen mal den grünen Punkt nehmen und dann einmal den lilanen, der hier direkt ist. Welchen blauen? Was? Den grünen, meinst du? Den grünen und das Ausrufezeichen ist lilanen. Also links die Dinger, ne? Ja. Und warum nicht geradeaus? Darum? Okay. Oh, da. Achso, sonst ist es unser Homie, der Calvin. Guck mal, wie viele Fische er hier hingewacht hat. Oh, geil. Meine. Komm, ich hau euch mal ein bisschen was drauf. Ich kann meine Fische nicht mehr aufsammeln. Der Arme. Hey, das ist ja voll cool, dass der das macht. Ich sag ja, das ist doch voll gut, so einen Sklaven zu hauen. Voll gut. Aber kann du zwei nehmen? So. Ja, die sind halt schon größer Fische, anscheinend. Dann sind der Fisch fertig. Unser Homie kriegt gar nichts. Wo ist denn das Fleisch, die hier ist irgendwas verrottet? Wie kann ich da reinwerfen? Wo ist denn mein Fleisch, Leute? Ich habe hier so verrottetes Kackfleisch. Wie viele Fische kommen da hin? Braten, braten, braten. Oh, süß. Wie will die einfach reinschmeißen? In jedem anderen Spiel bräuchst du noch irgendeinen Rost, damit es überhaupt funktioniert. Nee, würde ein Stock nicht reichen? Nur damit das nicht genau auf dem Feuer ist? Hm. Gute Frage. Jedenfalls, Leute, das war die erste Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit Ausrufezeichen. Ich habe nämlich gerade vom Chat erfahren, dass die Grünen noch gar nicht so wichtig sind. Das heißt, in der nächsten Folge geht es gezielt weiter. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann gibt es auf jeden Fall weitere Folgen. Und natürlich wie immer, Tipps und Tricks sind sehr, sehr gerne gesehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin sehr, 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 sehr Bis zum nächsten Mal.